Ja, ich möchte Ihnen jetzt den Lauf 13 vorstellen. The Announcement Heat 13. Auf der Bahn 0 startet Land Nr. 0, representing Tscheche Republic, Marek Soček. Auf der Bahn 1, Land Nr. 1, also Tscheche Republic, Adam Krutschek. Auf der Bahn 2, Land Nr. 2, representing Sweden, Theodor Hansen. Auf der Bahn 3, Land Nr. 3, from Norway, Christian Folden. Auf der Bahn 4, Land Nr. 4, from Hungary, Ulrich Beton. Auf der Bahn 5, aus Deutschland, Aaron van Drey. Auf der Bahn 6, Land Nr. 6, representing Slovakia, Thomas Petschia. Auf der Bahn 7, Land Nr. 7, from Norway, Patrick Thoth. Auf der Bahn 8, Land Nr. 8, representing Tscheche Republic, Pavel Novak. And last but not least, Land Nr. 9, allzu guter Letzt, die Bahn 9, representing Greece, Kyriakos Papagelis. Auf der Bahn 10, S sprint 멋있, die Bahn 7,resident Mayor von vulnerability und Brucker countries. Atem Gro 在教 گ arche 가는 2, Land Nr. 1,森 ville. Auf der Bahn 18, 하나,ahnivi HERE, sie Dort additive, die Bahn 20. Das war in transportegt 극alose juther in front strengths. Und wenn man eisu, die Bahn 8, they skeptical. Und wenn man e서 det nicht permits. Unt lapses, lettere die Bahn 9, brennive ro ver, dann aber caeltzie esto. So, end nouveau休rin. Vielen Dank. Vielen Dank.